Ihre Heizung ist inzwischen ziemlich alt. Wie viel verbraucht sie denn? Recht viel und die Energie wird ja auch nicht billiger. Herr Schrowange und Herr Meister befinden sich gerade in Herrn Schrowanges Heizungskeller. Herr Schrowange ist Besitzer eines wunderschönen kleinen Einfamilienhäuschens. Herr Meister, sein Heizungsfachhandwerker, erkennt die Lage sofort. Denn er hat einige Kunden mit einer alten und sanierungsbedürftigen Heizung, die zu viel Energie verbraucht. Wie so oft erklärt er nun auch Herrn Schrowange. Ihre Heizung ist sanierungsbedürftig, Wartung und Reparatur sind kostspielig. In Anbetracht Ihres Energieverbrauchs wäre der Einbau einer neuen Anlage also denkbar. Doch das bedeutet eine große Investition. Herr Schrowange ist sichtbar begeistert. Aber Herr Meister hat natürlich für seinen langjährigen Kunden eine Lösung parat. Denn er ist Kooperationspartner von German Contract. German Contract bietet einen Vollservice für Heizungsanlagen. Doch was steckt dahinter? German Contract investiert in eine neue Heizungsanlage für Herrn Schrowange. Für einen monatlichen Beitrag bekommt Herr Schrowange also sofort eine neue Heizung inklusive Wartung, Reparaturen und darüber hinaus noch 15 Jahre Garantie, einen 24-Stunden-Notdienst und er spart ab dem ersten Tag Energiekosten. Das Besondere, er kann sich die Energieart, den Energielieferanten und den Fachhandwerkspartner selbst aussuchen. Jeder Fachhandwerker kann Kooperationspartner bei German Contract werden. Über 800 gibt es bereits in Deutschland und es werden täglich mehr. In Herrn Schrowanges Fall baut natürlich Herr Meister gerne die neue Anlage ein. Und sogar wenn Herr Schrowange sein Haus verkaufen möchte, ist das kein Problem. German Contract bietet in diesem Fall einfache Ausstiegsmöglichkeiten. Herr Schrowange freut sich. Er muss sein Geld also nicht für eine große Investition binden und kann mit Marie in den Urlaub fahren. Währenddessen wird die Heizung eingebaut und sobald sie zurück sind, geht gleich beim ersten Mal Heizen das Energiesparren los. Und auch Herr Meister ist froh. Er hat einmal wieder einen Kunden mit dem Vollservice von German Contract glücklich gemacht. Jetzt steht einer langfristigen Kundenbeziehung nichts mehr im Wege. German Contract. Wärme, die sich rechnet.